Hallo liebe German-Market-Freunde, ich bin Lars von Marketpress Team und zeige euch in diesem Video das Add-on zur Rechtsschnittstelle IT-Rechtskanzlei. Mit diesem Add-on könnt ihr die Rechtstexte, die euch in eurem IT-Rechtskanzlei-Account bereitgestellt werden, direkt in euren WooCommerce-Shop übertragen. Dazu aktivieren wir erstmal das Add-on, dazu klickt ihr bei WooCommerce-German-Market, hier auf Add-ons, dann findet ihr hier das Add-on IT-Rechtskanzlei und mit einem Klick auf diesen Schalter aktiviert ihr das Add-on. Jetzt findet ihr hier das Menü IT-Rechtskanzlei, da klicke ich mal rauf, dann wird der Tab Einstellungen automatisch geöffnet, da findet ihr die Shop-URL und den API-Token, die brauchen wir dann gleich, um uns in unserem Account von der IT-Rechtskanzlei mit unserem WooCommerce-Shop hier zu verbinden. Wir schauen uns erstmal den Dokumente-Tab an. Dort findet ihr eine Auflistung aller Dokumente, die von der Schnittstelle der IT-Rechtskanzlei bereitgestellt werden. Das sind die Allgemeinen Geschäftsbedingungen, Datenschutz, Widerruf und das Impressum. Jetzt müsst ihr für jeden dieser Dokumente eine WordPress-Seite zuweisen. Für die Allgemeinen Geschäftsbedingungen ist das natürlich meine Seite Allgemeine Geschäftsbedingungen. Das macht ihr auch bei Datenschutz, Widerruf und dem Impressum. Jetzt könnt ihr euch aussuchen, in welchem Format der Rechtstext in dieser WordPress-Seite gespeichert werden soll, ob als reiner Text oder als HTML. HTML ist hierbei standardmäßig ausgewählt. Neben dem Rechtstextinhalt in der WordPress-Seite wird euch auch eine PDF bereitgestellt durch die Schnittstelle. Diese könnt ihr, wenn ihr wollt, in eure E-Mails anhängen. Wenn ihr das machen wollt, aktiviert ihr hier diesen Schalter und wählt dann hier anschließend die E-Mails aus, in denen die PDF angehangen werden soll. Zum Beispiel in die E-Mail Bestellung fertiggestellt, Bestellung in Bearbeitung, Bestellung wartend. Das könnt ihr dann für alle Dokumente machen. Und dann klickt ihr anschließend auf Einstellung Speichern. So, jetzt wollen wir uns in unseren Account von IT-Rechtskanzlei einloggen und die Rechtstexte übermitteln. Dazu könnt ihr hier gleich auf den Link klicken und dann öffnet sich das Login-Fenster der IT-Rechtskanzlei. Wir loggen uns hier mit unseren Zugangsdaten ein und klicken auf Anmelden. Dann findet ihr hier eure Rechtstexte. Wir machen das Ganze jetzt mal beispielsweise mit den AGBs. Ihr wählt euren Online-Shop aus und klickt dann hier auf den Link Datenschnittstelle in ihren Online-Shop übertragen. Dann öffnet sich ein weiteres Fenster. Dort wählt ihr hier WordPress WooCommerce plus German Market aus und klickt auf Weiter zu Schritt 2. Jetzt wird nach dem API-Token und eurer Shop URL gefragt. Die könnt ihr aus eurem Backend gleich kopieren. Da könnt ihr auch gleich hier klicken in die Zwischenablage kopieren und fügt das dann hier ein. Anschließend klickt ihr jetzt auf AGB jetzt übermitteln. So, der Rechtstext wurde erfolgreich gespeichert. Jetzt könnt ihr hier noch eine automatische Übertragung hinzufügen. Da müsst ihr hier die Zielseite eurer AGB-Seite einfügen. Da kopiert ihr euch einfach den Link eurer AGB-Seite, Allgemeine Geschäftsbedingungen, nehmt ihn aus der URL-Zeile und fügt ihn dann hier ein und klickt auf Speichern. Okay, automatische Übertragung der AGB wurde aktiviert. Jetzt schauen wir uns das Ganze noch einmal an. Bei German Markets, IT-Rechtskanzlei. Dokumente. So, jetzt sehen wir hier, das letzte Update ist gerade passiert. Da seht ihr immer, wann das letzte Update geschehen ist. Die PDF-Datei, habt ihr jetzt auch einen Link dazu, wo sie auf eurem Server liegt. Das ist dann die, die in der E-Mail mit angehangen wird. So, das haben wir jetzt beispielsweise für die AGBs gemacht und für die anderen Dokumente passiert das Ganze analog. Das war's dann auch schon. Vielen Dank fürs Zusehen und Zuhören. Tschüss, euer Lars.